Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu D4 Dark Dreams Don't Die. So, wir sind immer noch im Flugzeug, immer noch an derselben Stelle wie beim letzten Mal. Da hinten steht der Yeti und wir haben uns unseren Weg in die Business Class gebahnt. Und wir gehen jetzt auch gleich zum Yeti. Ich will den drücken. Ich will den noch mal drücken. Okay, ich bin gespannt. Was machst du hier? Dieser große Mann. Ich habe ihn schon irgendwo kennengelernt. Aber ich kann nicht, wo er erinnert. Hat er dann ein Messer im Hals stecken? Der ist wirklich, wirklich creepy. Okay. Jetzt geht's los. Wie lange hast du mich erwartet? Da hat sich wohl jemand im Pissuat eingesperrt. Unser Flight Marshal. Geh raus! Er hat sich durchs Klo durchgespült. Geh raus! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Mit meinem falschen Augen, nicht wahr? Geh raus! 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 Was zum Teufel... ...läuft hier gar schief? Ha! Da du bist! Du bist so jung, ich habe so viel gehört. Nicht so, ich werde das Slop auf dich, doch. Was ist das für mich? Hey, Papi! So, wie geht's... Du sterben, Fucker! Dammit! Wait! Antonio Zapatero? Nein! Es gibt keinen Weg, dass die Intruder da sind! Wenn du das wissen willst... Run, eine verdammte Untersuchung! Hande deine Beweise! Was auch immer! Ich brauche es! Sind sie wirklich? Das ist so schade! Das Flugzeug auffräumen während ich hier kämpfe oder wie auch immer das... ...heißt... ...was ich nenne... Öl! Okay, das Flugzeug stürzt ab... ...und ich kämpfe hier mit dem... ...Glasauge! Oh! Wenn ich wirklich nicht... Oh! Der hat mir in die Nüsse getreten! Der kann mir doch nicht in die Nüsse treten! Was soll die Scheiße! Ding-A-Ding-A-Ding-Dong! Oh! 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 Das Spiel war so echt. Er schmeißt... Ernsthaft, muss ich jetzt Baseball spielen? Okay, Sepatero, ich kenne diesen aus dem Park! Okay... Knockout... Und sein Auge ist ausgefallen. This is how you use a Megaphone! Okay, das... Also ich muss sagen, ab und an hängt die Maus. Das ist echt schlecht. Das ist schlecht für das Denken, das hat uns schon der Joker gelehrt. Oh! Das sieht nicht gut aus. Okay, so entstand der Memento. Und... Und... Das hatten wir ja schon in der Vision gesehen. Okay, er hängt fest. Und... Und er... Er kickt mir in die Nüsse. Wie so ein kleines Mädchen. Hat man dir noch nie gesagt, dass man... ein Kerl nicht in die Nüsse klopft. Du gibst... Du hättest genug! Right? Ich würde sagen... Ich würde sagen... Das gleiche zu dir! Okay... Jetzt will er mich killen. Nee... Also... Ich muss hier die ganze Zeit... irgendwelche komischen Sachen machen... Und ich glaube, ich erwirke ihn. Ich glaube ich bring ihn um. Also die Steuerung ist extrem einzigartig, also sowas habe ich mir nie gesehen in einem Spiel. Ernsthaft. Ich kann das jetzt nicht so machen, kannst du? Nicht so gehen! Lass ihn gehen! Olivia? Ich habe dich vorgestellt, wir nehmen uns nicht so ernsthaft die Steuerung weg. Nur... wer bist du? Ich... Wir haben Werge gekriegt. Olivia? Olivia? All nicht schlecht. Die Verrückte hätte jetzt die beste Situation gehabt, um zu sagen, ich habe es doch gesagt. Und scheinbar ist Olivia und unser Drogenknast verschwunden. Und den finde ich echt creepy. Ich befürchte, ich werde heute schlecht von dem träumen. Rabbit? The Courier? He... Vanished? Aber... Irgendwie ist das hier gerade echt eigenartig. Wie konnte der denn verschwinden? Eigentlich hübsch. Stand gerade da. Also nicht mein... Nicht meine Meinung. Nicht meine Meinung. Der vibriert. Ich bräuchte auf jeden Fall wieder mal was zu trinken. Soviel kann ich euch schon mal sagen, weil... Nottür. Verschlossen. Nicht außergewöhnlich ist. Danke für die Info. Ach ja. Irgendwas war da drin. Aha. Ich muss irgendwelche Beweisstücke... ...finden. Und... ...hab noch neun Missionen. Okay. Okay. Ja, das wissen wir schon. Okay. Wann hat das übergegeben? Wir haben einen Beweis gefunden. Ich habe keinen Plan... ...was... ...es mit... ...dem Kerl hat... ...ä... ...auf sich zu tun hat. Wann hast du zu diesem Seat gezogen? Was? Sonst, wenn... ... ...hierig... ...hierig... So funny, you would ask What does that mean? If time changes, so too does place Time is of the essence You of all people should understand Yeah, their cat is creepy Look creepy Cutlery has to be stainless Don't you agree? That lightning strike How did you know about it? Before it even happened Don't tell me you can control lightning strikes Your ability to look is not bad But you need to be able to observe a little more carefully Okay Also ich konnte auf jeden Fall sehr vorsichtig beobachten dass What are you looking at? You can't get rid of me like that Mr. Young Just looking is not enough You must observe I'm sure you understand the difference I don't have time for a lecture Just answer my question I thought that I did Observe carefully and you'll get it What did you observe? The engine isn't damaged You have good observational skills You already know the answer Am I correct? I don't have time for a lecture Bitte, bitte, bitte lass mich da nicht weitermachen Weil ja, ich kenne die Antwort Okay So Ich würde sagen Das war's erstmal wieder für heute Und Wieder mal wie immer Vielen Dank fürs Zugucken Lasst doch einen Kommentar Oder einen Daumen nach oben da Beziehungsweise Abonniert meinen Kanal Bald gibt's von D4 Weitere Episoden Und bis dahin Ciao